ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF ARD Text im Auftrag des ZDF Ey guck mal Himmel, ich kann mir jetzt nichts nachsagen lassen, dass ich irgendwie dann ohne euch gespielt hätte und euch ignoriert hätte, nein, ich wäre einfach gar nicht da Boah, Alter, warum bin ich so müde? Ich weiß, was mir... Vermisst dann eine bessere Hälfte, das war... Ja... Wahrscheinlich Ja, so ein Strohwitterleben ist halt auch nicht so einfach, ne? Mhm Oh, da fährt was elektrotierbares Ja... 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 Ah, der verkauft die Monarche und das Gegner treffen ist perfekt Ja... Brauchst du das Monarchgedänt auch noch? Ich glaube nicht, ne? Dann rekrutier ich den Spacken hier mal... ... ... ... ... ... ... ... bowling gewonnen ich bin beeindruckt die geht zu werfen du bist nicht ganz voll genau ja da ging auch noch pilze Okay. 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 Du warst nicht ernsthaft da oben. Entschuldigung. Trago? Bist du gemutet? Trago? Bist du gemutet? Wir legen noch Mess-Six-Packs. Trago, Trago, Trago! Trago? Bist du gemutet? Bist du gemutet? Fortnite ist das beste Spiel der Welt. Hey! Tuck! 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 Das war's. 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 Das war's.